ja ja kann mir mal grad jemand sagen warum ich erschossen wurde? ich wurde auch immer grad einfach getötet von wem wurde die denn getötet? ich bin ja rumschiessen Alex Pommes wurde von Weber getötet Weber? aber die können nicht einfach da rumschießen haben wir einfach erschossen wo sind die eigentlich? komik zu dem oder? ja wir haben gar nichts gemacht vor allem wurden wir erschossen wo war denn das und ich gesagt? hast du ein Video davon? ja die sollen dann lappen ohne witz ne ständig trollen hier rum jetzt warte mal bitte würdest du dich mal bitte mit mir unterhalten? wir fragen uns grad warum ihr hier einfach wohl los schießt weil wir hier alle zusammensitzen weil wir hier grad ein gefecht hatten und grad wieder aufgestanden wurden jetzt lass mich erst mal mit dir unterhalten Vukovic jetzt lass dich ich hab eh nichts ergib dich oder schieß dich um es ist mir scheißegal man du hast nur einen Schrauber jetzt ergib dich man nee den hab ich mir heute extra geleistet jetzt würdest du auch erschossen ja ja der Vukovic ich hab mich mit ihm unterhalten und für fully eigentlich und ich bin